Eine Frage, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, ist, was ist eigentlich diese Customer Journey, von der wir immer wieder hören und was genau bedeutet das eigentlich für meine Webseite? Ich zeige es euch ganz kurz. Die Customer Journey ist sozusagen die Reise, die eure Kunden durchmachen, von dem Punkt weg, wo sie merken, sie haben ein Problem, bis zu dem Punkt, wo sie wirklich kaufen und noch einen Schritt weiter, wo ihr sie so happy macht, dass sie für immer Stammkunden bei euch bleiben. Funktionieren tut das Ganze so, wir arbeiten normalerweise mit einer Customer Journey mit vier Phasen, das heißt ganz einfach, die erste Phase, die sogenannte Awareness-Phase, dort merke ich, ich habe ein Problem. In der zweiten Phase, in der Consideration-Phase, da suche ich nach unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten. In der dritten Phase gehe ich tatsächlich ein Produkt kaufen und die vierte Phase, die nennen wir auch After Sales. Ich zeige euch ein kurzes Beispiel aus dem richtigen Leben, dass ihr eine Vorstellung habt, was das eigentlich bedeutet. Stellt euch vor, ihr steht in der Früh auf, geht in die Küche und vor eurem Kühlschrank ist eine Riesenlacke. Also definitiv, ihr habt ein Problem, was ihr normalerweise jetzt nicht tun werdet, ist sofort an den Kühlschrank kaufen gehen, sondern ihr werdet wahrscheinlich die Lacke wegmachen und einmal schauen, was ist denn genau die Ursache. Ist etwas im Kühlschrank umgefallen, ist der Strom ausgefallen, ist der Kühlschrank kaputt, hat der Hund a la Cal hingemacht oder habe ich einen Rohrbruch hinter dem Kühlschrank. Das wären alles Möglichkeiten oder Ursachen, wo das Problem herkommt. Wir Menschen finden solche Sachen normalerweise durch Ausschlussverfahren raus, das heißt ich kann alles andere ausschließen, tatsächlich der Kühlschrank ist kaputt. Dann gehe ich trotzdem nicht gleich hin und kaufe einen Kühlschrank, sondern ich komme in die Consideration Phase und in dieser Phase suche ich immer noch Lösungsmöglichkeiten. Lösungsmöglichkeiten für mein Problem wären, klarerweise einen Kühlschrank kaufen. Andere Alternative ist den Kühlschrank reparieren. Dritte Alternative ist, ich habe noch einen zweiten Kühlschrank, den ich bis jetzt nicht gebraucht habe. Vierte Alternative ist, ich habe jemanden, dem einen Kühlschrank borgen kann. Aber fünfte Alternative ist, ich bin so alternativ, dass ich sage, ich brauche gar keinen Kühlschrank, ich mache so einen Balkonkühlschrank. Aber in unserem Beispiel sagen wir, eigentlich wollten wir schon immer so einen großen doppelflügeligen amerikanischen Kühlschrank mit Eisbüffelspender und Fernseher drin. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Dann kommen wir in die Decision Phase und in der Decision Phase geht es nur noch um die Frage, welcher Hersteller, welches Modell und welcher Händler verkauft ihr mir? In der Delight Phase bringt ihn der Händler dann zu euch nach Hause, stellt ihn auf, schließt ihn an, bringt eine Kiste Bier mit, weil er sagt, ein leerer Kühlschrank darf nicht sein. Dann wäre diese Delight Phase richtig abgehandelt. Wahrscheinlich würden wir dann ein gleicher Foto davon machen und das auf Social Media posten, dass alle Freunde sehen, schaut, der Kühlschrankhändler bringt sogar mir eine Kiste Bier mit. Okay, so funktioniert der klassische Customer Journey. Wir Menschen brauchen Customer Journeys eigentlich für alle Produkte, die wir kaufen. Einzige Ausnahme sind Produkte des täglichen Bedarfs. Also für einen Liter Milch läuft sich das nicht mehr durch. Das ist erledigt, da kaufen wir immer das Gleiche. Was sich jetzt durchs Internet in den letzten 15 Jahren deutlich verändert hat an der Customer Journey, ist einfach die Frage, wann die Kunden zuerst einmal zu euch ins Geschäft kommen. Das hat sich gravierend verändert durchs Internet. Früher hat es nämlich anders funktioniert. Früher haben wir ganz früh in der Awareness Phase schon Kontakt zum Händler aufgenommen. Das machen wir halt nicht mehr. Kurzes Beispiel, ich stehe bei mir zu Hause, mache meine Waschmaschine zu, schalte sie ein und statt anzuspringen, sagt sie, Waschmaschine, Fehlercode E40. Vor 15 Jahren hätte ich jetzt meinen Waschmaschinenhändler angerufen und hätte sozusagen in der Awareness Phase für die nächste Waschmaschine in Kontakt zu ihm gehabt. Was machen wir heute? Das, was alle machen, wir nehmen das Handy raus, googeln, Fehlercode E40. Was bedeutet das? Fehlercode E40 bei meiner Waschmaschine bedeutet, macht die Tür richtig zu. Okay, das heißt, da in der Awareness Phase habe ich jetzt keinen Kontakt zum Händler und im Moment sehen wir, dass sehr oft die Kunden erst in der Decision Phase Kontakt zum Händler aufnehmen, weil sie die ersten zwei Phasen selbst online erledigen. Und das Problem, was jetzt bei vielen Unternehmen entsteht, ist folgendes. Wenn ich diese zwei Phasen online nicht gut abbilden kann, dann fallen sie im Moment komplett weg. Und natürlich finden sie trotzdem statt, aber eure potenziellen Kunden erledigen das dann auf andere Webseiten. Und die Schwierigkeit dabei ist, in diesen ersten zwei Phasen bauen wir eine Beziehung auf zum Händler. Und wenn das jetzt nicht stattfindet, bauen wir halt eine Beziehung auf zu einer Facebook-Seite, die mir informiert, zu einer Webseite, die mir hilft, aber nicht mehr zu euch als Händler, wenn ihr die zwei Phasen nicht online abbilden könnt. Jetzt werde ich jetzt vielleicht fragen oder sagen, das ist ein tolles, theoretisches Konstrukt. Was bitte hat denn das mit meiner Webseite zu tun? Ich zeige es euch ganz schnell. Auf einer Webseite wollen wir normalerweise eine Conversion erzielen. Was ist eine Conversion? Eine Conversion heißt ganz einfach, auf einer typischen Webseite, jemand kauft ein Produkt, jemand füllt ein Newsletter-Formular aus, jemand füllt ein Kontaktformular aus oder jemand nimmt sein Handy in die Hand und ruft euch an. Das bezeichnen wir als Conversion. Und die normale Vorstellung, die wir jetzt haben, ist, schaut ungefähr so aus. Ich schalte Google AdWords, die Leute kommen auf meine Webseite, legen ihr Produkt in den Warenkorb oder füllen das Kontaktformular aus, ein Schritt, fertig. Die Wahrheit schaut leider immer so aus. Das sind Daten aus dem Google Analytics-Konto von einem Kunden von uns, der uns das zur Verfügung gestellt hat, dass wir es herzeigen können. Jede einzelne Zeile zeigt, wie oft der gleiche auf der Webseite war, bevor er was getan hat. Also schauen wir uns einmal an, zum Beispiel Zeile 3. Der ist über Google AdWords gekommen. Dann hat er noch einmal gegoogelt. Dann ist er zweimal direkt gekommen. Zweimal direkt heißt, er hat das in sein Browser eingegeben. Ist noch einmal über Google gekommen. Hat noch dreimal unsere URL in den Browser eingegeben. Und er war in Summe achtmal da, bevor er gekauft hat. Und ganz schlimm, aus meiner Sicht, ist die Zeile 5. Das sehen wir in jedem Webauftritt. Der war 217mal da, bevor er was getan hat. Und was da passiert ist, der Kunde hat seine gesamte Customer Journey in dem Webauftritt verbracht. Aber das heißt natürlich, dass der nicht 217mal auf der Produktunterseite war, sondern der war im Blog, der war auf der Startseite, der war im Impressum, der war in den AGBs. Der war überall. Bis er dann endlich irgendwann genug Vertrauen gehabt hat, dass er gesagt hat, jetzt kaufe ich. So funktioniert eine klassische Customer Journey und so müsst ihr das für eure Webseite betrachten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick doch jetzt auf gefällt mir. Und wenn du ein Unternehmen hast und willst, dass dein Umsatz weiter wächst, dann ruf uns kurz an oder schick uns eine E-Mail an office.nordsteak.at und wir besprechen kurz, wie wir dir helfen können. Und wenn du ein Unternehmen hast, dann ruf uns kurz an.